hallo zusammen ich marian mittel farming grüße euch auf meinem kanal im ls 22 auf der burgenlandkreis unser neues hofprojekt oder new holland wird schreibt mir gerne kommentare was ihr davon haltet ob ich auch was anders machen kann oder sonst irgendwas ideen und alles immer gern gehört kritik auch natürlich ganz klar ihr lieben hier ist da wieder ein faux pas passiert da ist es wieder 80 cm vorm bildschirm das ist der narr und zwar hatte ich mir die schönen hänger letzten mal und sie was war und da funktioniert das hat mir schon mal das hat man schon mal da war er genauso blöd zur erster linie habe ich mich raus berufen mit dem mal kurz in den shop anhänger die gefallen mir eigentlich ganz gut die sind noch eine zeit lang immer gewandert ich was glaube ein update gab oder irgendetwas ausgeschmissen muss ja nicht immer an mord liegen ganz klare jacke und hier ist die schöne reihe warum mir gefallen die unwahrscheinlich gut hier von den ganzen formen und wie man sie auch konfigurieren kann also sind schon schöne hänger kann man wirklich nicht meckern ja und das hier ist das jude stück wollte ihr was mit viel kubikern so dann habe ich mich auch hier wieder gehen noch mal kurz zurück hat mir angetan ja auf jeden fall ihn jetzt mal weiter und ihr seht hier sind ja alles ist ja ganz klar ja jetzt muss noch mal noch mal so ich bin natürlich wie ich immer bin so zack wir machen meine reisen hier abstellten und dann lese ich nicht gucke hier nur auf die kubikzahl 24,3 25,9 entschuldigung ich sehe ich den häckselwagen sehe ich hier kann nicht draufgekommen passt liebe leute natürlich nehmt ihr dann auch nur ja häckselwohl an auch in der kategorie so hier 19,8 das ist das maximale also gerechte ist mit meiner lieblings kubik zahl ja aber als häckselwagen und der ist natürlich das normaler wenn ich jetzt hier bin ich mal easy geste hälse ihr seht hier war hier kann ich alles einfüllen was geht ja natürlich sagen auch häcksel gut natürlich ja und bei dem anderen ist natürlich klar wenn ich da 100 uhr fahre da da nichts passiert ja mehr drecher ist ja logisch ohne größeren schaden ist er zurückgefahren hier geht natürlich nur hier so heu pellets ja schnitzel häcksel gut das organische abfall heu kompost mischrationen oder woher schnitzel häcksel ist ja lieben das ist dem thema ich wünsche euch hiermit weiterhin einen schönen tag schöne woche in der zeit ich wollte das immer richten hätte ich wieder blöde bin ich nicht am ort wer sonst irgendetwas ja war er wieder der video farming mal wieder und in diesem sinne ihr lieben macht's gut ciao